Wir alle haben schon mal von Personal Branding gehört, denn der LinkedIn-Feed ist seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren damit voll, dass man damit starten sollte und dass man eine große Chance verpasst, wenn man keine eigene Personenmarke aufbaut. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Personal Branding eigentlich ganz genau, für wen lohnt sich das und wenn sich das lohnt, wie kann man mit dem Thema so schnell wie möglich starten. Wenn dich das interessiert und du schon mal darüber nachgedacht hast, deine eigene Personenmarke aufzubauen, dann sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an, denn in dieser Folge werde ich dir ganz genau zeigen, ob es sich für dich lohnt und wie du damit so schnell wie möglich starten kannst. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei allen Abonnenten bedanken und gerade denen, die auch in der letzten Zeit dazugekommen sind. Die 5100 haben wir so schnell geknackt wie noch nie und das bedeutet mir extrem viel. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich extrem freuen, wenn du kurz auf Abonnieren klickst, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln und jetzt starten wir direkt mit der Folge. Das Verrückte ist, dass ich unbewusst vor über 8 Jahren durch eine einzige Podcast-Folge überzeugt wurde, mit einer Personenmarke zu starten. Und ich weiß noch ganz genau, es war eine Podcast-Folge von Tai Lopez, ein absolutes Urgestein, wenn es um Online-Marketing im amerikanischen Raum geht. Und der hat in der Podcast-Folge aber cool gesagt, dass er immer wieder, wenn er ein Projekt oder ein Unternehmen gestartet hat als Unternehmer, immer wieder vor dieser Frage stand, stecke ich mein Marketing-Budget in den Aufbau einer Produktmarke oder stecke ich das Geld in meine Personenmarke? Und er meinte halt, Projekte kommen und gehen, aber ich als Person, als Gründer und auch als Unternehmer werde halt bleiben. Und das hat mich am Ende krass davon überzeugt zu sagen, hey, macht total Sinn. Ich glaube auch nicht, dass ich das, was ich vor 8 Jahren gemacht habe, noch in 10, 20, 30 Jahren mache. Und das war wirklich vor 10 Jahren, glaube ich, oder vor 8 Jahren Pfeffermühlen auf Amazon zu verkaufen. Sondern auch da war mir schon klar, hey, es werden viele Projekte in meinem Leben werden. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hey, macht absolut Sinn, lass mich lieber meine Zeit und meine Ressourcen und das Geld in den Aufbau einer Personenmarke stecken. Und was versteht man jetzt unter dem Thema Personal Branding? Das bedeutet eigentlich nur, dass man eine Marke um seine Person aufbaut, ganz konkret und ganz operativ, dass man mit persönlichem Content ein Stück weit rausgeht und auch seine Reise einfach dokumentiert. Das kann auf Instagram sein, das kann auf LinkedIn sein, das kann auf YouTube sein, das kann in einem Podcast sein. Aber dass man nicht nur über fachliche Themen redet, sondern auch ein Stück weit über persönliche Themen redet. Und das Verrückte ist jetzt, 8 Jahre später habe ich natürlich ein bisschen Daten, ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht. Tatsächlich habe ich es nie unter dem Thema so Personal Branding laufen lassen, auch wenn es das war, was ich gemacht habe. Weil es sich für mich immer so ein bisschen Influencer-mäßig irgendwie angehört hat, dass man irgendwie, keine Ahnung, so ein Influencer-Sachen irgendwie, es zirkelt alles um einen. Hörte sich nicht danach an, dass man wirklich Leads darüber bekommt. Jetzt im Nachhinein ist mir bewusst, dass ich eine Personenmarke aufgebaut habe, über 500 Podcast-Folgen rausgegeben habe, zig, 100 YouTube-Videos und ich weiß nicht viele Posts auf LinkedIn. Und ich kann dir sagen, dass es wirklich die eine Sache war in den letzten Jahren, die alles leichter gemacht hat. Weil wirklich die Leute, und das ist etwas, was ich über die Jahre auch realisiert habe, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen. Das bedeutet, die Leute müssen dich erstmal kennenlernen, egal bei welcher Dienstleistung zumindest, bei Produkten ist es nicht so wichtig. Und dann kaufen sie bei Menschen, denen sie vertrauen. Und der große Vorteil ist, wenn du, egal mit fachlichem Content oder auch ein bisschen persönlichen Content, dass du halt durch diese digitalen Content-Formate, unabhängig von deiner Zeit, verdammt viel Vertrauen aufbauen kannst. Und das macht nicht nur die Reise für Interessenten deutlich leichter. Das bedeutet, die machen sich mit deinem Content vertraut, hören deine Podcast-Folge, lesen Posts bei LinkedIn und du baust Vertrauen auf, während du gar nichts damit zu tun hast. Und der große weitere Vorteil ist, dass du auch ein Stück weit unvergleichbar wirst. Ich will gar nicht wissen, wie viele LinkedIn-Berater es da draußen mittlerweile gibt. Jeden Tag sehe ich Leute, die sich irgendwann mal unseren Kurs gekauft haben und sich direkt danach damit selbstständig gemacht haben. Und trotzdem entscheiden sich Leute Woche für Woche, um mit mir zusammenzuarbeiten oder mit meinem Team zusammenzuarbeiten, weil sie sagen, hey Robert, das Zeug, was du rausgibst, ist richtig cool. Ich will mit dir zusammenarbeiten, auch wenn es da draußen ganz viele Angebote gibt. Und das ist halt das Coole, dass man auch ein Stück weit konkurrenzlos wird, weil entweder funktioniert es oder versteht man sich oder halt nicht. Es wird auch andere Leute geben, wo sie sagen, hey, ich würde gerne mit der Person zusammenarbeiten, weil ich mit der mehr resoniere. Und das macht ja auch absolut Sinn. Und der dritte Vorteil ein Stück weit ist auch, dass man vom Pricing her am Ende höhere Preise verlangen kann, weil man natürlich ein Stück weit unvergleichbar wird und am Ende dadurch nicht in diese krasse Vergleichbarkeit in andere Angebote kommt. Und das bedeutet, das ist wirklich etwas, was ich über die acht Jahre gelernt habe, dass ich wirklich sagen muss, dass ich da so ein Stück weit reingeschlittert bin, weil mir immer Content Spaß gemacht hat. Aber ich jetzt auch in der täglichen Arbeit sehe, wie viel es bringt, wenn man diese persönliche Note in den Content von Menschen sozusagen mit reinbringt, weil sie dann plötzlich nicht der perfekte Agenturgründer sind. Sie sind nicht plötzlich irgendwie der CEO von einem großen Beratungsunternehmen, sondern es sind die Leute, die am Wochenende auch mal gerne auf den Golfplatz gehen. Es sind die Leute, die auch gerne mal irgendwie joggen gehen und um 5 Uhr schon aufstehen. Es sind die Leute, die einen Hund zu Hause haben und wahnsinnig gerne mit dem Hund durch die Berge rennen oder was weiß ich. Und das macht einen unglaublich nahbar. Und die große Frage, die sich natürlich dann immer stellt, wie startet man mit so einem Thema? Welcher Content ist angemessen, welcher ist nicht angemessen? Und vor allem, wie kommt man auch Ideen für diesen Content? Und dafür habe ich was richtig Cooles mitgebracht, wo ich zwei Übungen mit dir durchgehen werde. Ich habe einen Workshop zu dem Thema gehalten, einen ganzen Tag, wirklich so Personal Branding Secrets. Und dazu habe ich ein Arbeitsbuch entwickelt. Und da werde ich dir jetzt mal zwei Kapitel vorstellen, die du direkt umsetzen kannst, wenn du Lust hast. Wenn du diese zwei Kapitel von dem Arbeitsbuch haben willst, schreib gerne mal Personal Branding Workbook in die Kommentare. Dann schicke ich dir den Link dazu zu. Wenn du den gesamten Kurs haben willst, also den ganzen Workshop haben willst, plus das gesamte Arbeitsbuch. Dann sichere dir mal unseren Zugang für 14 Tage komplett kostenfrei in unserer Academy. Und schau dir das ganze Ding los, wenn du wirklich eine erfolgreiche Personenmarke aufbauen willst. Zwei Sachen will ich dir zeigen, um direkt mit dem Thema Personal Branding zu starten. Und zum einen habe ich was Cooles entwickelt. Und zwar, dass du wirklich so ein Arbeitsblatt hast, wo deine Personenmarke drauf ist. Du kannst das natürlich sehr fließend machen und immer wieder auch Content rausgeben und irgendwann entsteht so eine Marke. Du kannst sie aber auch leicht machen und wirklich das Ganze einmal durchgehen. Und am Ende sind es acht Dimensionen aus meiner Sicht, die man super gut spielen kann. Du siehst es hier zum einen, für welche Werte und Überzeugungen stehst du. Und ich zeige dir gleich, wie du das wirklich auch in der Praxis umsetzen kannst. Dann, was immer gut funktioniert, sind sowas wie Abneigungen. Also, was kannst du zum Beispiel gar nicht ab, weil es einfach sehr nahbar und sympathisch macht. Zum Beispiel, keine Ahnung, mit Urlaub an dem Strand kannst du mich jagen oder sowas wie Warten. Da drehe ich auch durch, wenn ich eine Minute irgendwie warten muss. Sowas ist perfekt, um sowas auch im Content zu spielen. Dann, fachliche Learnings ist klar, dass man ihn natürlich auf Storybasis sozusagen erzählt. Und das macht auch einen Großteil deiner Brand aus. Dann natürlich sowas wie ein Elevator-Pitch. Und das ist meistens bei LinkedIn zum Beispiel der Profil-Slogan, wo man am Ende ganz genau erzählt, was man eigentlich tut. Was cool ist, was zum Beispiel in Webinaren und Vorträgen irgendwie immer ganz interessant ist, wie bist du da hingekommen, das zu tun, was du heute tust. Nennt sich im Englischen Backstory. Das bedeutet, warum tust du das beruflich, was du tust? Wie bist du dazu gekommen? Auch da ein paar Abschnitte zu haben, das zu erzählen. Da habe ich tatsächlich im Arbeitsbuch ein cooles Kapitel dazu, wie man das entwickelt. Weil es die Leute natürlich interessiert, so, warum machst du das? Dann Hobbys und Interessen ist natürlich so der Klassiker, der Post mit dem Hund irgendwie, ist die Kunst. Wie spielt man das wirklich, dass man das Ganze auch LinkedIn posten kann? Wie packt man das in eine Podcast-Folge? Wie packt man das in einem YouTube-Video? Dann Tiefpunkte und Misserfolge. Auch eine coole Dimension, die man gerade selten in Deutschland irgendwie sieht, dass man einfach auch Schwäche zeigt und Nahbarkeit zeigt, weil es dich einfach ein Stück weit sympathischer macht. Und die Übung werde ich jetzt gleich mit dir machen. Thema Erfolge und Autorität. Was sind die Dinge, die du in den letzten Jahren erzielt hast, die du auch teilen kannst, die auch am Ende wirklich dir reinspielen, Autorität aufzubauen. Zwei Sachen will ich dir zeigen. Diese zwei Kapitel kannst du dir am Ende sichern. Wie gesagt, wenn du Personal Branding Workbook in die Kommentare schreibst. Und zwar zeige ich dir hier einfach mal dieses Arbeitsbuch. Und die erste Übung war ganz cool und zwar Werte und Überzeugung. Und dazu zum Hintergrund. Ich habe irgendwann mal einen Podcast mit Tony Robbins gehört und da hat er erzählt, hat eine erfolgreiche Gründerin interviewt, die eine Bikini-Marke gelauncht hat und innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, auf 100 Millionen gewachsen ist. Und er meinte, ey, wie habt ihr das geschafft in so einem Markt, wo die Hölle los ist? Und sie meinte, wir haben wertebasiertes Marketing gemacht. Das bedeutet, wir haben nur Botschaften kommuniziert mit Werten, worüber sich sozusagen die Zielgruppe identifiziert. Und das war eine coole Idee und ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, wo so Werte von mir durchschwingen, die am Ende mich auszeichnen und auch meine am Ende Brand ausmachen. Und das ist natürlich sowas, was du auch super gut spielen kannst, solche Werte. Hier zum Beispiel, cooles Beispiel, warum ich mit meinen Kunden Videospiele spiele und Bier trinke. Da steckt so ein bisschen Spaß drin, da steckt so ein bisschen Freude drin und am Ende funktioniert das auch extrem gut. Post hat 10.000 Ansichten bekommt und ich spiele die Dimension, ey, wenn ich mit Robert arbeite, darf es auch ein bisschen Spaß machen. Nicht selbstverständlich für dich und mich selbstverständlich, für manche da draußen nicht. Anderes Beispiel, warum ich niemals schlechte Bewertungen auf Google gebe. Und das ist tatsächlich Positivität, eine meiner größten Werte. Ich kann eine große Diskussion mit meinem Vater, der wirklich, glaube ich, vier Bewertungen in seinem Leben geschrieben hat. Und das waren immer Ein-Sterne-Bewertungen. Und sowas würde ich zum Beispiel nie tun, weil ich einfach Negativität in dieser Welt nicht verstärken will. Und auch das, hitzige Diskussion, 25.000 Ansichten, coole am Ende sozusagen Diskussion gewähren und zeigt aber meine Positivität als Wert. Gleiches Spiel hier, ich schotte mich bewusst von Negativität ab, dass ich gesagt habe, hey, ich lese keine Nachrichten, ich gucke mir nicht an, was im Fernsehen passiert. Auch das, 10.000 Ansichten. Und das war das, was mir immer mehr bewusst geworden ist, dass diese Wertedimensionen unglaublich gut im Content funktionieren. Und die Leute natürlich, die das anspricht, mit dir auch sozusagen funktionieren. Dann gleiches Spiel, darf man bei der Arbeit Spaß haben. Auch nicht selbstverständlich, hast du auch im ersten Post gesehen. Auch das mit einem perfekten Bild untermauert, mit meinem guten Pocket-Bike. Auch das hat gut funktioniert. Gleiches Spiel hier, letztes Beispiel. Ist es normal, am Ende von Sales-Gesprächen beleidigt zu werden? Auch so ein Thema, wo ich denke, würde es in meiner Welt niemals geben. Gibt leider Leute da draußen und auch das hat zu einer hitzigen Diskussion geführt und zu 30.000 Ansichten. Wie kommt man jetzt dahin? Und das ist immer ein Problem gewesen, dass Werte sozusagen so unendliche Listen. Das Coole ist, was ich gemacht habe und was du auch mal machen kannst, ist, hier gibt es eine relativ kurze Liste, muss man sagen. Also die ist noch recht übersichtlich. Und was du mal machen kannst, ist, dir fünf Minuten zu nehmen und wirklich Spalte für Spalte durchzugehen und dir einfach die rauszuschreiben, die dich ansprechen. Also wirklich die irgendwie gut aussehen. Und genau das habe ich hier gemacht. Hier siehst du mal meine Beispielwerte. Freiheit, Selbstbestimmung, Pünktlichkeit, Ordnung, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, Dankbarkeit. Also genau das würde mich auszeichnen und dann kann man relativ cool sich einfach mal einen Wert raussuchen. Zum Beispiel, was weiß ich, Selbstbestimmung. Das ist ein gutes Beispiel, könnte man hier sozusagen reinpacken. Ich nehme mir mal Selbstbestimmung und sich dann überlegen, wie könnte eine Headline für einen LinkedIn-Post dazu heißen. Und ich glaube, ich habe mal einen gemacht, der war, hast du auch ein Problem mit Autoritäten. Perfektes Beispiel, hat auch immens gut funktioniert. Und so kommt man halt auf coole Ideen, seine persönlichen Werte zu spielen und in sein Content zu packen. Und es macht dich halt unvergleichbar, wenn jemand wirklich einen Interessent das liest und sagt, ey, ich habe auch schon immer ein Problem mit Autoritäten gehabt. Und der gerade auf der Suche, was weiß ich, in unserem Fall nach jemandem ist, der ihn bei LinkedIn berät. Ey, Robert, ich glaube, wir schwingen hier auf der gleichen Ebene. Ich will das mit euch machen. Coole Dimension, unglaublich wertvoll. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Und du siehst am Ende bei den Beispielen hier, die ich dir hier reingepackt habe, dass das auch ziemlich viel Reichweite gibt, wenn man das richtig macht. Die zweite Übung, die ich dir mit dir noch machen will, ist Erfolge und Autorität. Weil tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht ähnlich ist, dass man immer ein bisschen tiefer stapelt, als man dann ist. Tatsächlich glaube ich etwas, was mir auch wichtig ist, lieber ein bisschen über dem Radar fliegen, als irgendwie der ganzen Welt zu erzählen, wie toll man ist. Aber ab und zu sollte man dann doch teilen, dass man was auf dem Kasten hat, damit Interessenten das wissen. Cooles Beispiel hier zum Beispiel, dass David über 17 Millionen Ansichten auf LinkedIn über unsere Content-Strategie erzielt hat. Das hat nicht wahnsinnig gut funktioniert, aber in den Köpfen der Leute ist so 17 Millionen Ansichten. Okay, das ist krass und es bleibt hängen. Dann gleiches Spiel mit Dennis, dem wir dabei geholfen haben, über 100.000 Überlinked-In anzubieten in vier Monaten und 50.000 Euro Umsatz abgeschlossen hat. Auch da nicht wahnsinnig viele Impressionen, aber das bleibt natürlich im Kopf so. Also, okay, wenn ich mit Robert zusammenarbeite, ist das nicht nur ein nettes Bildchen, sondern er kümmert sich auch darum, dass da wirklich Umsatz entsteht. Und letzter Punkt, zum Beispiel auch sowas wie 5000 YouTube-Abonnenten. Riesenmeilenstein für mich gewesen, wenn du noch nicht abonniert hast, unbedingt jetzt abonnieren. Auch da zum Post machen, dass die Leute sehen, krass, 5000 YouTube-Abonnenten ist eine Ansage. Vielleicht gucke ich mal bei dem Kanal vorbei und da freuen sich tatsächlich die Leute mit einem, was mich sehr freut, über 9000 Ansichten. Und die Übung kannst du eigentlich mal perfekt machen. Ich habe so ein paar Fragen einfach reingepackt. Was waren deine größten Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit Kunden? Welche Fortbildungen oder Zertifizierungen hast du? Was hast du für dich erreicht? Auf welche Erfolge bist du stolz? Wie viele Kunden hast du über die Jahre beraten? Hast du mit nahenhaften Brands gearbeitet? Welche Abschlüsse hast du? Gibt es von dir Artikel Zeitschriften, Podcast-Interviews oder warst du mal Speaker zum Beispiel? Und hier siehst du mal ein paar Beispiele, wie ich das für uns formuliert habe. Und hier kannst du es eigentlich perfekt umsetzen. Und das sind wie gesagt zwei Dimensionen, um dir einfach mal so einen leichten Einstieg in das Thema Personal Branding zu geben. Und wenn du Lust hast, dir den gesamten Workshop plus sozusagen auch das Workbook zu sichern, dann gerne auf socialsellingacademy.de gehen. Und dort haben wir wirklich ein absolut cooles Angebot uns einfallen lassen. Denn du kannst hier, du siehst es, dir unsere besten LinkedIn und Social Selling Tools zusammengepackt in eine Academy. Und du siehst hier Personal Branding Workshop plus das gesamte Arbeitsbuch. Und siehst hier ein paar Ergebnisse. Du siehst, die Leute geben ordentlich Gas mit dem, was sie da lernen. Und kannst das Ganze wirklich 14 Tage komplett for free testen auf Herz und Nieren, ob es das Richtige ist für dich oder nicht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dort vielleicht in der nächsten Zeit begrüßen zu dürfen. Kurzes Fazit von meiner Seite. Ich muss gestehen, dass wirklich eine Personenmarke aufzubauen eine der besten Sachen war, die ich in den letzten acht Jahren als Gründer und auch als Unternehmer gemacht habe. Und wirklich mit dem Arbeitsbuch, was ich dir an die Hand gegeben habe und mit dem Workshop sieht man am Ende auch, dass es gar nicht so extrem kompliziert ist, wie manche Leute es wirklich darstellen. Am Ende musst du für dich definieren und wenn ich dir das Arbeitsblatt rüberschicke, kannst du das wunderbar tun. Für welche Werte du stehst, was deine Erfolge waren, was deine Misserfolge waren, was du gerne in deiner Freizeit tust. Und wenn du das in deinem Content spielst, wirst du dich wundern, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Deine Reichweite wird nach oben klettern, immer mehr Leute werden mit deinem Content interagieren. Du wirst plötzlich Nachrichten bekommen, dass die Leute deinen Content sympathischer finden als jemals zuvor. Und du kommst, wie gesagt, aus der Vergleichbarkeit raus und plötzlich entscheiden sich Leute für eine Zusammenarbeit für dich, was vorher vielleicht nicht so regelmäßig passiert ist. Wenn du also Lust hast, dir diese zwei Probeartikel, Kapitel zu sichern aus dem Workshop, schreibe kurz gerne, was habe ich gesagt, Personal Branding Workbook in die Kommentare und dann schicke ich dir das Ganze zu. Wenn du dir den ganzen Workshop sichern willst, dann geh auf socialsellingacademy.de und sichere dir den 14-Tage-Probezugang.